Ich glaube nicht, aber ich hab also versucht soweit, ehrlich, im Prinzip. Was hat sie echt genau geschrieben? Aber das kann man mal auf der Fahrt lesen. Du fehlst mir, ähm... Nur, ich wollte nicht anrufen, dann wäre ich nur traurig. Bla 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 bla. Fähig, wahrscheinlich bist du ein Arsch, die ist ein Idiot, bla bla bla. Was? Hat Mom... Ohohoho, was? Deine Tracy, gefällt dir nur, schreibt mal, voll süß, oder? Ja, voll super. Aber, lasst euch nicht scheinen, das wäre uncool, wenn ihr euch streitet und anschreit. War das ironisch? Ich verstehe diese Ironie nicht. Ich meine, normalerweise ist doch Michael der Sarkasmus-Mensch. Und jetzt in diesem Moment, ich nicht verstehe, was ich's gemeint, dann... Ich hab nicht verstehe, was ich's gemeint, das ist super. Naja, muss ich auch nicht unbedingt. Da oben dürfte er einmal rauch, glaube ich. Glaube ich. Hajo. Stimmt das soweit? Ich glaube, das stimmt soweit. Hoffe ich mal. Alter, was die hier wirklich für eine Verkehrsfläche haben, das ist unglaublich. Das ist nichts über Deutschland. Oh, links hoch. Das ist unglaublich hier. So. Ich bieg doch hier nicht so komisch rechts ab. Ich bieg hier direkt links ab. Kannst du sagen, was du willst? Was ist denn da rechts? Ich hab was zu tun, ganz ehrlich. Hab vorher schon immer drum kutschiert, das wirst du ja nicht jedes Mal machen. Und die beiden haben ja, ja... Boah, es war ja deren Auto. Von dem her, es war ja gar nicht mein Auto. So. Wo parkt man denn da mal schönes? Ja, scheinbar hast du schon in Multiple Parkmöglichkeiten vor der Location oder ähnlich so. So, wo haben wir's denn da vorne? Oh. Wo parkt man am besten? Dahinter, oder? Irgendwo hier. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Hinter Eingang? Ne, der ist zu. Dann Haupteingang. Die Folge ist, wo ist der Haupteingang? Hajo. Hey, es ist aber irgendwie was anderes. Ach, wahrscheinlich muss ich zum Haupteingang rein, da wo der Schuh ist und dann muss ich da einmal durch. Oh, Leute, schreien doch nicht alle immer so. Oh, Mann. Heyo. Äh, ach, der kennt uns. Wow. Ist beruhigend. So, Hajochen alle zusammen. Wo muss ich hin? Da durch. Sehr duke, Leute. Äh. Hallo. Wie geht's dir so, Kollege? Da lässt es sich gut gehen, das ist beruhigend. Ähm. Ich geh grad mal weiter. Ach, der chillt jetzt einfach die ganze Zeit hier. Das ist natürlich gut. So, einmal hier durch. Gerade aus. Da durch. Ach, hier ist ein Garderobe. Ah, ist beruhigend. So. Einmal wo durch? Hier durch? Ja, ist doch, da darf ich doch durch, oder nicht? Ach, das ist ein, oh, ein kleiner Ständer. Es ist auch unglaublich dunkel hier drin. Warum ist es hier nicht so dunkel? Da kann man ein bisschen mehr Licht reinbringen. So, Achtung. Hi, yo. Hi. Hi. Before you ask, the fridge is broken. That's alright. I've had enough of your hospitality already. I have changed my ways, alright? Huh? Yeah, I'm done with that crazy shit, alright? I wanna square things away with Meriweather. Make sure the agency ain't coming back after us. And then do one last big score. And then you get to go back with your family. Me, I'm just gonna live here. I'm gonna run this, this good business showing people a good time. Bust, Brad, out of prison. And then, you know, happy. So how'd you come by this place anyway? I've had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? I didn't know. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time ago, in a faraway place, there were three guys. Michael, Trevor, and Lester. And Brad. And Franklin. Sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there were other guys though, too. So, anyway, we robbed and lied and we hurt people. We pretty much lived a lowlife kind of existence. But, always dreaming of one thing and one thing only. The big one. The big one. The big one! What is the big one? Ha ha, the union depository. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam, who will spend the rest of our lives being hunted by government officials, if we live through the attempt. But, it'll be my, uh, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. This way. Anständige Arbeit? Was mein'n ihr damit? Steige in dein Auto. Dann tun wir das gerade mal, ne? So, wo geht's denn hin? Da fährt man immer falsch. Da, die, man. Fahre zur Bank. Ist das da die Bank, das große Ding da? Da steht Union Depository drauf. Ja, das sieht so aus. Dürfte wahrscheinlich nicht so einfach sein, wie das, was wir vorher gehabt haben. Das sieht nicht so aus. Mann, die Sicherheit sieht so aus. Wir senden ein paar sprungten Niggas, clap, clap. Was hast du gesagt, Frank? Oh, ich sehe es. Mann, zu gehen in die Tür ist einfach. Es ist eine standarde Bank. Es geht unter dem Boden, das ist hart. Ist das nicht das, was die Metäle gehalten hat? Genau. Jetzt müssen wir uns nach dem Arcadia-Center auf der Alta-Strete stoppen. Wir können eine View von der Backen von da. Kundschaft in den Hintereingang aus. Okay, dann machen wir das gerade mal. Wir sind auch voll nicht auffällig oder sowas. Ähm, ich bin ernsthaft da runter. So, einmal hier. Da warten wir noch hin. Was tun wir jetzt eigentlich hier? Wohin fahren wir denn? Fahrt zum Flugplatz. Okay. Oh. Ja, die Pause musste aber sein. Das war wichtig, ne? Das war unglaublich wichtig. Das war jetzt, weil... Okay. So, irgendjemanden irgendwo rausholen. Das ist super. So, du wartest mal an der LKW. Dankeschön. Ja, die Radfahrer ist immer noch an der gleichen Stelle. Das ist beruhigend. Also anscheinend wurde das mit dem KI-Verkehr ein bisschen anders gelöst, als mit random KI-Verkehr. So, irgendwie hat es ein bisschen ein System, habe ich so das Gefühl. So Spawning-Punkte, aber naja. Kann doch nur so sein, wie ich mir das denke. Steige den Hubschrauber. Wunderbar. Einmal übers Auto drüber. Ne, oder auch nicht. Geil, jetzt können wir voll den dynamischen... Ja. Einmal hoch hier. Wunderbar. Fliege nach Murrieta Heights. Dann werden wir da hinfliegen. Oh. Vielleicht nicht ganz so tief. Jetzt aber. Wunderbärchen. Wo auch immer Murrieta Heights sind. Ach, das ist das Gefängnis da rechts unten gewesen. Wo ich fast drüber geflogen bin. Ich habe gerade das bei den Militärstützpunkt. Da darf man auch nicht drüber fliegen. Das wird sofort geflogen. Das wird sofort geflogen. Was die beiden nicht wissen, ist... Da ist ein speziell Team von Kampfs auf Standby 24-7. Waiting auf ein Signal von der UD. Wir werden nicht auf einen anderen Telefon. Und es hat niemals geflogen. Man. Die Leute müssen sich füllen. Die vielleicht sind Kampfs, aber sie arbeiten für die Regierung. Da ist nichts die Regierung. Die Leute lieber mehr als zu akzeptieren, die Geld für nichts zu machen. So, ja, das ist spying an innocenten Menschen. Hm. Bein zu bezahlen, um nichts zu machen und spying an innocenten Menschen. Now, who does that remind me of? Anyway, if we wanna hit the vault in a way that people will notice, the key will be to divert the security team. Divert it? You said they hold out for calls from the UD and that's it. They do, so we'd have to hit it twice, once to distract them and once to get it done. You're gonna find someone willing to get caught hitting a superbank just as a distraction? I was thinking Michael, it might appeal to his ego. Oh, what am I saying? We got the perfect guy for it. So, wo müssen wir denn hier landen? Anscheinend da unten. Wo müssen wir denn hier landen? Ich weiß nicht genau, wo wir da hin müssen. Come in, Michael! We have a visual on the convoy! Keep with the key. Do whatever less need you to do. We're mapping the route and finding an ambush point. Stay with them! So, was muss ich hier eigentlich tun? What kind of ambush spot are we looking for? I tend to wait in the jaw and catch them with their drawers down, but I guess that won't work here. No, it won't. We're looking for somewhere with cover for us and no escape routes for them. Ah, the same principle as a men's room. Yeah, uh, I guess. Fahr doch mal hinterher! Flieg doch mal hinterher! Wo ist das Problem? Warum fliegen wir jetzt nicht hinterher? Muss ich das ja immer hinterher fliegen? Ich denke mal schon. Okay. Warum hat mir das doch keiner gesagt? Vielleicht nicht in den Kabel verheddern, aber hey. Dann wollen wir dem mal hinterher fliegen. So, hier runter. Ja, was machen wir jetzt hier eigentlich? Was tun wir jetzt hier? Ich verstehe nicht, was wir hier tun. Die Dinger verfolgen oder was? Ne, aber wirklich, was tun wir jetzt hier? Hallo? Ja, zum Beispiel habe ich es gewusst. So, weil die überholt hat erstmal ganz locker die Autos, die da rumstehen. Das ist beruhigend. Kann mich nicht irgendwie wegen Verkehrsverstöße oder sowas verhaften? Ich glaube mal nicht. Extilbezirk. So. Was machen wir jetzt eigentlich genau? Wir verfolgen die Dinger oder haben irgendeine andere Aufgabe? Äh, hier Mission. Fliege nach Murata Heights. Ja, das war das letzte. Und da sind wir jetzt hierhin geflogen und jetzt fliegen wir den blöden Teil dahinter, hier ohne Anweisung. Hier der Wechsel da. Da müssen sie rauskommen, oder? Ah, wunderbar. So, wo fahren die jetzt hin? Sind wir jetzt gleich da oder ist das noch weit? Ich glaube, es dürfte gleich hier sein. Sollte. Ach stimmt, das war der Hintereingang. Und jetzt? Okay. Hey, mal alle rein hier. So die Frage ist, was tut jetzt da drin? Ich suche nach dem Baustelleneingang. Okay, das hier ist ja das Gebäude, glaube ich. Äh, ja. Am besten vielleicht nicht so, aber funktioniert der irgendwie. Da, oder? Schwierig. Ja, klar kann ich das. Bisschen weiter nach hier. Der feine Herr. Okay, was auch immer ich hier filmte. Ja, was... Gut, super. Wir gehen jetzt zum Flugplatz. Muss ich jetzt zu Michael schalten oder nicht? Erstmal da hoch. So, und dann weiter geht's. Ich glaube, ich muss selber fliegen. Oder, 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 oder. Ich weiß gar nicht, wie ich selber fliegen muss. So, ah, providing either of these ways into the bank works. The armored cars are the big hole in the ground. How are we gonna get the metal out? That's the 20% of 200 million dollar question. If the armored cars are a viable option, we'll bring out the gold in them. Simple. You won't even have to fire a shot if everything goes to plan. When does everything go to plan? If it's ever going to, this is the time. Sounds hopeful to me. You got a backup plan? We can modify this chopper to carry the weight, but we need another one to match. Easy enough to get. If we use it for the chopper, would you consider taking your name off the side? You think I'm taking down the union depository and anything other than a chopper with my name on it? Well, then you don't know me, bro. I thought you'd say that. Okay. Also, wir fliegen jetzt hier gerade wieder zurück. Das ist ganz gut. Und landen eben wieder an dem Platz, wo wir hergekommen sind. Okay. Jo. Wunderbar. Sollte eigentlich relativ zügig hinzubekommen sein. Wir sind runter da noch. Dürfen wir bald da sein. Genau da vorne. Sehen wir zumindest schon mal auf der Karte den Flugplatz. Oh. Der ist direkt unter uns. Ja gut. Direkt sogar. Fast sogar. Ganz noch direkt so. Fast direkt sofort. Instant. So. Einmal hier. Und dann langsamer werden. Und dann sollte das irgendwie funktionieren. So. So langsam habe ich es ein bisschen raus mit dem Hubschrauberland. Und das funktioniert langsam. Sagt der und krachte wahrscheinlich genau jetzt in so ein Gebäude. So. Runter, 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 runter. Wo genau? Nicht auf dem H. Wahrscheinlich wieder daneben der Feine her. Ja ganz bestimmt wieder daneben. Warum denn auch nicht? So. Runter da, runter da, runter da. Wo ist denn das? Also der gelbe Punkt ist hier. Und es hat anscheinend funktioniert. Ich habe zwei Ideen. Es dauert einen Moment, um sie zusammen zu arbeiten oder sie zusammen zu arbeiten. Aber ich denke, dass es ein Weg gibt. Es ist nicht unmöglich. Okay. Ich beginne zu denken über den Breakout. Bradley Snyder. Er ist fasziniert. Talk to Michael, okay? Goodbye. Ah, jetzt sind wir hier fertig. Wunderbar. Ausspähen. So. Heißt aber, ich würde mich hier gerne mal Fallschirme ausgerüstet. Okay. Zum einen einmal ganz kurz zwischensbeischauen. So. Wunder Bärchen. So. Und dann einmal ganz kurz hier die Aufnahme beenden für heute. Ähm. Das war es nämlich für heute, würde ich sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim Let's Play von GTA 5. Genau. Bis dahin. Mach es gut. Tschüss. Und vielen Dank fürs dabei sein. Aber ich schaue nochmal ganz kurz. Würde mich mal interessieren bei Statistik. Ähm. Hier. Checkliste. Oh. Da sind wir schon. Doch. Wir schreiten voran. Wir schreiten voran. Also. Bis dahin würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss.